In der Lehre, die als die zwölf Glieder des bedingten Entstehens bezeichnet wird, beschrieb Buddha den Mechanismus, der sie im Kreislauf der Existenzen von Sphäre zu Sphäre treibt und sie im Leiden und in der Unzufriedenheit gefangen hält. Diese zwölf Glieder bilden den äußeren Rand des Rades des Lebens. Stellen Sie sich die zwölf Glieder als Bilder vor. Nicht Wissen Stellen Sie sich einen blinden Mann vor, der sich vorantastet. Er kann nicht sehen, wohin er geht, weil er durch sein Nichtwissen geblendet ist, die Dinge und sich selbst vollkommen falsch sieht und deshalb die wahre Wirklichkeit nicht erkennt. Auch wenn das Nichtwissen als Quelle allen Leidens sehr mächtig ist, ist der Mann schwach, weil er in diesem Nichtwissen keine Unterstützung hat und deshalb nicht den Weg zur Weisheit findet. Triebkräfte Stellen Sie sich einen Töpfer an seinem Rad vor. In Ihrem Nichtwissen führen Sie Handlungen des Körpers, der Rede und des Geistes aus. Diese Handlungen oder dieses Karma formen ein neues Leben, so wie der Töpfer aus einem klumpen Lehm einen neuen Topf formt. Denken Sie daran, dass sogar Ihre positiven Handlungen für Sie ein weiteres Leben im Kreislauf der Existenzen verursachen, solange Sie an Ihrem falschen Bild vom Selbst, das heißt dem Nichtwissen im ersten Glied, festhalten. Natürlich wird dieses weitere Leben viel angenehmer sein als das Leben, das durch negative Handlungen geformt wird. Die Handlungen der Triebkräfte im vorangegangenen Glied hinterlassen in Ihrem Bewusstsein Eindrücke, die in Ihre künftigen Leben hinübergetragen werden. Der Affe, der den Baum rauf- und runterklettert, symbolisiert diese Bewegung von einem Leben zum nächsten. Name und Gestalt Stellen Sie sich zwei Leute vor, die in einem Boot transportiert werden. Falls Sie als Mensch wiedergeboren werden, geht Ihr Bewusstsein, das seine Eindrücke aus der Vergangenheit mit sich trägt, schließlich in den Schoß Ihrer künftigen Mutter ein und verbindet sich mit dem befruchteten Ei. Das Glied Name, hier durch einen der beiden Reisenden symbolisiert, bedeutet das mentale Bewusstsein, das sich mit dem befruchteten Ei verbindet. Das Glied Gestalt, symbolisiert durch den anderen Reisenden, bedeutet den winzigen Embryo, aus dem der neue Körper für dieses Bewusstsein erwächst. Einfach ausgedrückt, die Glieder, Name und Gestalt beziehen sich auf den Körper und den Geist des neu gezeugten Wesens im Embryonalzustand. Wenn der Fötus in der Gebärmutter heranwächst, beginnt die Entwicklung der Grundlagen der sechs Sinne. Doch die Sinne funktionieren noch nicht. Deshalb werden ihre Grundlagen durch ein Haus symbolisiert, das zwar nach außen vollständig wirkt, aber innen leer ist. Bewusstseinseindruck Hier stellen Sie sich einen Mann und eine Frau vor, die sich umarmen. Wenn sich der Fötus weiterentwickelt, sind die Sinne schließlich so weit ausgebildet, dass sie mit ihren jeweiligen Objekten in Kontakt treten. Die erste Berührung, die bei den verschiedenen Sinnesorganen zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgt, wird durch zwei Menschen symbolisiert, die sich berühren oder küssen. Empfindungen Stellen Sie sich nun einen Menschen mit einem Pfeil im rechten Auge vor. Als Folge dieser sensorischen Berührung werden angenehme, unangenehme oder neutrale Empfindungen und Gefühle erfahren. Diese Erfahrungen beginnen im Mutterleib und setzen sich das ganze Leben lang fort. Über dieses Glied der Empfindungen ernten Sie die Ergebnisse Ihres angesammelten Karma. Angenehme Empfindungen sind die Folge tugendhafter Handlungen. Schmerzen sind die Folge unheilsamer Handlungen. Und neutrale Empfindungen sind die Folge von Handlungen, die weder tugendhaft noch unheilsam waren. Der Pfeil, der im rechten Auge des Menschen steckt, soll die Unmittelbarkeit und Intensität der Empfindungen illustrieren. Begierden Stellen Sie sich eine Person vor, die Alkohol trinkt. Das achte Glied, Begierden oder Begehren, ist der Wunsch, der aus den Empfindungen und Gefühlen des vorangegangenen Gliedes entsteht. Wenn Sie Angenehmes erfahren, soll es immer so weitergehen. Wenn Sie Schmerzen erfahren, sollen Sie aufhören. Ihr Wunsch, zu wiederholen, was angenehme Empfindungen auslöst und sich von etwas zu trennen, was Schmerzen verursacht, ist wie eine starke Sucht. Deshalb wird dieses Glied durch eine Person symbolisiert, die Alkohol trinkt. Begierden treten, wie die Empfindungen, ihr ganzes Leben lang auf. Doch dieses Glied spielt zum Zeitpunkt Ihres Todes eine entscheidende Rolle, wenn Sie den besonders starken Wunsch entwickeln, weiterzuleben. Lebenshang Stellen Sie sich eine Frau vor, die nach einer Frucht schnappt. Dieses Glied repräsentiert eine intensivere Form des Begehrens. Wenn ein Wunsch stärker wird, greifen Sie nach angenehmen Objekten, wie ein Affe nach Früchten schnappt. Wenn Sie dem Tode näher kommen, neigen Sie dazu, einen neuen Körper zu erhaschen, um den alten zu ersetzen, den Sie verlieren werden. Diese Handlung ist keine bewusste, durchdachte Entscheidung Ihrerseits, sondern die automatische Konsequenz des Begehrens und Anhaftens, das Ihnen im Leben zur Gewohnheit geworden ist. Jetzt, da Ihr alter Körper stirbt, zwingt Sie Ihre tief verwurzelte Gewohnheit, der Ich-Illusion, einen Ersatz zu suchen. Neues Werden Stellen Sie sich eine schwangere Frau vor. Wenn die Glieder der Begierden und des Anhaftens zum Zeitpunkt des Todes stärker werden, fängt einer der vielen karmischen Samenkörner an zu reifen, die bereits in ihr Bewusstsein gepflanzt sind. Jetzt wird das Potenzial dieses Samens, die karmische Impression, aktiviert, um direkt zu einem neuen Leben zu führen. Es wird durch die schwangere Frau symbolisiert, die kurz vor der Entbindung steht. Die Wiedergeburt ist gewährleistet. Geburt Stellen Sie sich eine gebärende Frau vor. Der Samen, der in dem vorangegangenen Glied Neues Werden aufgegangen ist, reift schließlich voll aus, und Ihr sterbendes Bewusstsein wird zu seiner nächsten Wiedergeburt getrieben. Dieses Glied wird durch eine gebärende Frau symbolisiert. Alter und Tod Stellen Sie sich eine Person vor, die einen Leichnam trägt. Mit dem Moment Ihrer Zeugung beginnt der Prozess, der unvermeidlich zu Ihrer Entwicklung, Ihrem Verfall und Ihrem Tod führt. Auf diesem Weg sind Sie gezwungen, die Last unerwünschter Leiden zu tragen. Dies wird durch eine Person symbolisiert, die einen Leichnam trägt. Buddha wollte mit seiner Lehre der zwölf Glieder, vom Nichtwissen bis zum Ende als Leichnam, nicht aufregen oder deprimieren, sondern nachdrücklich bewusst machen, wie durch Nichtwissen ausgelöste Handlungen zwangsläufig zu wiederkehrenden Leiden führen, um sie zu motivieren, einen Ausweg zu suchen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!